Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu Salon Dark Version 1.5.2, die gerade eben frisch auf die Platte gepresst worden ist und gerade rausgekommen ist, leider mit ein paar Stunden Verspätung, wie ich sagen muss, ich hätte es schon gerne viel früher angespielt, sehr viel früher, um genau zu sein, heute Morgen, also sprich vor, äh, was haben wir jetzt gerade, fast neun, also vor zehn Stunden locker, sogar mehr. Ja, ähm, gut, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ein dickes fettes Lob an die Entwickler, denn sie haben so ziemlich alles umgesetzt, was die Community haben wollte, was dringend notwendig war, um das Spiel weiter interessant zu halten und dafür auf jeden Fall schon mal dickes fettes Dankeschön, denn als allererstes, was ich direkt in den, äh, in den Change-Log gesehen habe, ist, die alte Version ist mit der neuen Kompatibel, also das alte Safe-Game können wir weiter benutzen. Dann jetzt erstmal, ich glaube, ich brauche gar nicht erstmal anfangen, also das große, was drüber steht, über dem Ganzen natürlich, neue Map, da können wir nämlich ganz kurz mal eben auf Sandbox gehen, nehmen wir einfach mal Charakter deiner Wahl und wir haben Coastal Highway, das ist die neue Map, die wir jetzt starten könnten. So, jetzt mag der eine natürlich sagen, oh, okay, wir können nur das eine oder das andere spielen, nee, nein, nehme ich gerade eben nicht, denn die beiden sind miteinander verbunden und so wie ich das jetzt gesehen habe, folgt man einfach den Schienen Richtung, Mystery Lake zum Damm und dann dort, wo das eingebrochen ist, da führten die ja in so eine Sackgasse rein, weißt du, da gab es einen Spawnpunkt, aber da konnte man nicht weiter, da konnte man nur weg. Genau da soll es jetzt zu dem neuen Gebiet führen und das soll die Fläche von der Karte ungefähr verdoppeln, was ich ziemlich geil finde und zwar nicht nur flächenmäßig, sondern auch von den Orten, die man besuchen kann, die man plündern kann und so weiter und so fort. Gut, kommen wir aber zur nächsten Änderung, lange am Leben bleiben, indem man einfach nur, ähm, naja, einfach nur gehungert hat und so weiter und es ging halt richtig langsam runter, also da ist man die ganze Zeit auf minus 2500 Kalorien rumgekreucht und, äh, man hat einfach überlebt, sodass man Essen sparen konnte wie sonst was. Das ist jetzt nicht mehr, denn wenn man das, ähm, eine gewisse Zeit zu lange macht, ja, du heulst hier schön fröhlich rum, ich gleich auch, weil ich hab meinen Döner nämlich jetzt gerade, der wird kalt. So, ähm, dann wird man halt sehr schnell erschöpft und das wegzukriegen ist halt dann wieder richtig schwierig, was ich gut finde. Das heißt, man muss jetzt regelmäßig essen, damit das halt nicht eintritt. Dann, ähm, genau, ist überhaupt dieses generelle Minusdefizit von Kalorien weggenommen worden, was ich nicht unbedingt gut finde, denn, ähm, im Prinzip sagt es ja, wenn du Pluskalorien hast, hast du was im Magen, hast du auf jeden Fall was, was du noch zunehmen würdest, wenn du nichts tun würdest. Wenn du Minuskalorien hast, heißt es ja so viel wie, dass du gerade Kalorien verbrennst, dass du abnimmst, wie auch immer. Beides spielt irgendwo schon so ein bisschen zusammen, finde ich, aber ist egal, haben sie auf jeden Fall reingepackt. Dann, ganz wichtig, es sind Ratten, äh, Ratten, Rabbids dazu gekommen, also Kaninchen oder Hasen. Ich weiß es gar nicht, warte mal, Kaninchen, Hase, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sind die dazu gekommen, die kann man entweder mit der Hand jagen oder man kann Fallen an der Werkbank craften. Das ist jetzt das erste, was wir wirklich an der Werkbank craften können, was auch wirklich reingekommen ist. Und da haben wir alle zwölf Stunden eine Chance, dass da drin halt irgendwas gefangen wird. Und so haben wir halt, naja, so eine Nahrungsquelle, wenn wir Glück haben, so ein bisschen. Dann wurden die, die Spawns von, von dem, ähm, ja, von den Wölfen und jetzt halt auch von den, ähm, von den Hasen, Kaninchen und natürlich auch von den, äh, Dears oder den, äh, den, äh, Rehen, Hirschen, wie auch immer man sagt, die Rothirsche, äh, wurden ein bisschen dynamischer gestaltet, sodass sie nicht immer fix an einer Stelle sind, sondern halt immer so ein bisschen variieren. Da Spawn hat jetzt halt zum Beispiel keinen Hirsch mehr, sondern Wolf oder da Spawn beides oder an einer ganz anderen Stelle, wie auch immer. Und das Verhalten hat sich auch ein bisschen abgeändert, nämlich Wölfe. Das ist aber jetzt erstmal, ähm, Testphase, das wird wahrscheinlich wieder geändert, so wie ich das, äh, gelesen habe. Wölfe, ähm, verhalten sich auf deinen Gesundheitszustand entsprechend. Also wenn du sowieso schon angeschlagen bist, jagen die dich intensiver oder aggressiver hinterher. Was ich tatsächlich auch gut finde, weil das ist ja halt so ein bisschen Jagdinstinkt im Prinzip. Das ist noch nicht garantiert, dass, ähm, das drinbleiben wird. Ich sehe gerade übrigens diesen roten Schal, war der vorher auch schon in dem anderen Screen? Ich bin mir unsicher. Lassen wir es erstmal so. So, was haben wir denn da noch? Ja, was angepasst worden ist, dickes fettes Danke dafür. Der Schaden, den man an Wölfen macht im Nahkampf, wurde angeglichen, je nachdem, was man für Items besitzt. Wenn man eine, äh, ein Huntingknife besitzt, dann macht man mehr Schaden im Nahkampf. Du musst es, also der rüstet das dann automatisch aus und benutzt, du musst es nur im Inventar haben. Und er benutzt automatisch das, was den höchsten Schaden macht. Also das höchste, was er im Inventar hat, benutzt er dafür. Nicht, dass er jetzt random oder so, nein, dann nimmt er zum Beispiel die Axt, wenn die Axt jetzt mehr Schaden macht, ich weiß es nicht. Und das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das geht mit dem, mit dem Messer, mit der Axt oder mit der Brechstange. So, dann kann man, äh, genau. Die, der Rifle Spawn wurde am Mystery Lake gesetzt und es gibt auf jeden Fall einen. Also, es gab ja teilweise die Chance, äh, vorher gab es den Spawn in der Jagdhütte und in dem Damm. Und in den beiden Fällen war nur ein bestimmter Prozentsatz, dass sie spawnen. Das heißt, wenn du einen schlechten Run hast, dann hast du gar keine Waffe. Und jetzt hast du auf jeden Fall eine, auf der Mapseite Mystery Lake. Nur wo ist halt die Frage. Aber es kommt auf jeden Fall nicht vor, dass du ein Spiel komplett ohne Rifle hast oder haben könntest. Dann wurden halt noch bestimmte kleinere Sachen gemacht, ähm, wie die Condition halt von manchen Werkzeugen und, äh, Clothing-Sachen runtergeht. Was ich auch sehr gut finde, weil was teilweise wirklich mit den Anziehsachen los war. Da ist man einmal kurz in den Schnee reingetreten und schon, äh, war die Sohle von den Wanderstiefeln abgewetzt. Geht ja gar nicht. Ähm, ja, generell auch, äh, so die, von der Food Decay runtergesetzt. Was ja, wenn du im Schrank liegen hast, geht es halt ein bisschen langsamer. Aber das wurde auch noch ein bisschen angeglichen, weil das war eigentlich auch noch viel zu viel. Ähm, die Temperaturschwankungen wurden auch ein bisschen verändert und vor allen Dingen das Verhalten von der Condition, wenn es richtig arschkalt ist. Also wir haben ja teilweise auch wirklich minus 30, minus 40 Grad und, ähm, das wurde noch ein bisschen angeglichen, dass es ein bisschen realistischer ist. Also, dass man sich am besten, wenn es richtig stürmt und so arschkalt ist, gar nicht erstmal rausbewegt, weil das ist sowieso ein Himmelsfahrtkommando. Man kommt nicht mal mehr bis zum nächsten Baum zu pinkeln so ungefähr. Wobei, was ist eigentlich, wenn man bei minus 40 Grad pinkeln geht? Ist das wirklich dann so dieser Frozen-Pee-Effekt oder? Ich weiß es nicht. Ähm, gut, dann wurden auf jeden Fall noch neue Audio-Typen und Musik eingespielt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt gleich sofort nach diesem Infovideo das Let's Play anfangen. Ähm, heute ist ja noch nichts gekommen. Ich hoffe, dass ich heute noch nachschieben kann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht belassen wir es heute bei dem Infoding. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Freue ich mich schon richtig drauf anzufangen. Deswegen machen wir es jetzt kurz und knapp. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich dann in dem Let's Play. Ich werde das hier direkt dann nochmal drunter verlinken. Ansonsten Like da lassen, Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Oder über alles andere. Falls ihr noch einen Kommentar lassen wollt, unten reinschreiben. Bis dennne. Tschüss.